Grüßt euch liebe FCA-Fans zum heutigen Heimsieg gegen die Knappen aus Schalke. Nach unserem tollen Sieg in Belgrad haben wir heute in unserem letzten Heimspiel der Hinrunde ja noch einmal eine ganz besondere Nuss zum Knacken und darum ist es gut, dass es in meiner Popokist nix gibt, was es nicht gibt. Ja, bei Schalke weiß man zwar nie, ob es wirklich eine ganz große Nuss ist oder bloß so ein kleines Erdnüsse, aber ich habe auf alle Fälle einen gescheiten Nussknacker mitgebracht, der dafür sorgen wird, dass sie die blaue Heid an unserem FCA die Zähne ausbeißen werden. Der alte Ruhrpott-Spruch, Glück auf, gilt heute auf alle Fälle nur für unsere Jungs und Ideezager. Wir feiern den dritten Advent mit einem 2 zu 1 und zack! Für euch, Servus!